Der Prolog von Orit vom 14. Oktober Gedenken Die gottgeweihte Paraskeva, Petka, serbisch oder Paraskevi. Diese wundervolle Heilige war serbischer Abstammung und wurde in der Stadt Epifat zwischen Selimpria und Konstantinopel geboren. Die Eltern der Paraskeva bzw. Petka, wie es in Serbien genannt wird, waren reiche, fromme Christen. Sie hatten noch einen Sohn namens Ephesimius, der noch zu Lebzeiten seiner Eltern zum Mönch geweiht wurde und später der berühmte Bischof von Maritos wurde. Die Jungfrau Paraskeva sehnte sich immer nach dem asketischen Leben um Christi willen. Nach dem Tod ihrer Eltern verließ sie zu Hause und ging zuerst nach Konstantinopel, dann in die Wüste des Jordan, wo sie ein asketisches Leben bis ins hohe Alter hineinführte. Wer kann all die Mühen, Leiden und dämonischen Heimsuchungen zum Ausdruck bringen, die Paraskeva im Verlauf der vielen Jahre zu erdulden hatte? Eines Tages erschien ihr ein Engel des Herrn und sagte zu ihr, Verlasse die Wüste und kehre in dein Heimatland zurück. Es ist zu bestimmt, dass du dein Leib der dortigen Erde übergibst und deine Seele der Wohnstätte des Herrn. Die Heilige Paraskeva gehorchte und kehrte nach Epiphar zurück. Dort lebte sie noch zwei Jahre in unablässigem Fasten und Gebet. Dann übergab sie Gott ihre Seele und nahm ihre Wohnung im Paradies ein. Sie schlief im 11. Jahrhundert. Im Lauf der Zeit wurden ihre Gebeine nach Konstantinopel überführt, dann nach Trenowo, wieder nach Konstantinopel, dann nach Belgrad. Ihre Gebeine ruhen jetzt in Rumänien, in der Stadt Yassi. Die Quelle der Paraskeva in Belgrad heilt auf wundersame Weise die Kranken, die sich ihr mit Gottesfurcht und Liebe zu der Heiligen nahen. Die heiligen Märtyrer Nazarius, Gervasius, Protasius von Mailand. Nazarius wurde in Rom von einem hebräischen Vater und einer christlichen Mutter geboren. Seine Mutter, Perpetua, wurde vom Apostel Petrus selbst getauft. Nazarius, der den Glauben seiner Mutter bekannte, erfüllte gewissenshaft alle Vorschriften der Kirche. Furchtlos predigte er das Evangelium, als sie nach Bayern kam. Dort fand er die Christen Gervasius und Protasius im Gefängnis und diente ihnen mit großer Liebe. Als dies der örtliche Stadthalter erfuhr, befahl er, Nazarius zu schlagen und das Erstaat zu werfen. Seine Mutter kam in einer Vision zu ihm und sagte ihm, er solle nach Gallien gehen und dort das Evangelium predigen. Und dies tat Nazarius auch. Nach mehreren Jahren kehrte Nazarius nach Mailand zurück, diesmal mit einem Schüler, dem Jüngling Celsus, den er in Gallien getauft hatte. Dort fand er die Brüder Gervasius und Protasius immer noch im Gefängnis vor. Und bald darauf wurde er vom Gouverneur Anulinus ebenfalls dort hineingeworfen. Die Märtyrer Christi freuten sich darüber, dass sie Gottes Vorsehung wieder vereint hatte. Kaiser Nero befahl, Nazarius zu töten und der Gouverneur holte Nazarius und Celsus aus dem Gefängnis und ließ sie enthaupten. Kurz darauf ließ General Astatius, der auf seinem Weg in die Schlacht gegen die Moravianer durch Mailand kam, den heiligen Gervasius zusammen mit dem heiligen Protasius enthaupten. Er hatte gehört, dass diese beiden Brüder den Götzen keine Opfer darbrachten. Und er fürchtete, die Schlacht zu verlieren, da er dadurch die Gunst seiner falschen Götter verliere. Und so befahl er, sie sofort hinzurichten. Gervasius und Protasius waren Zwillinge. Ihre Eltern waren die Seligen Vitalius und Valeria, die auch für den Glauben das Materium erlitten. Die Reliquien des heiligen Nazarius wurden vom heiligen Ambrosius aus einem Garten außerhalb der Stadt in die Kirche der heiligen Apostel überführt. Die Reliquien der heiligen Gervasius und Protasius wurden ihm in einer wundersamen Vision offenbart. Lobeshymne Die gottgeweihte Petka Paraskeva Ein reines Herz wünscht der Herr, so spricht das Evangelium. Eine reine Jungfrau bist du geblieben und gabest Gott dein reines Herz. O wundervollste Heilige, gottgeweihte Petka, unser Vorbild. Der Herr wünscht einen reinen Geist, ohne Träumerei und ohne Lüge. Und du botest ihm den reinsten Geist, wie eines Engels derselben Art. O wundervollste Heilige, gottgeweihte Petka, unser Vorbild. Der Herr wünscht eine reine Seele, wie einen himmlischen Schrein. Du machtest vollkommen eine solche Seele und leuchtest nun im Himmel. O wundervolle Heilige, gottgeweihte Petka, unser Vorbild. Durch deine Gebete hilf uns im Unglück dieses Lebens. Durch die Wolken jüdischen Leidens bringen unser Licht mit wie ein Regenbogen. O kolsche Jungfrau, wundervollste Heilige Mutter Paraskeva. Betrachtung Beispiele dafür, wie die Heiligen selbst den Ort ihrer verborgenen Reliquien den Menschen kundtun, sind die Rechtfertigungen, die Achtung, die man diesen Reliquien zollen soll. Ganz zu schweigen von ihren wundertätigen Eigenschaften. Diese stellen die zweite Richtfertigung dar. Das Grab der Heiligen Petka war lange Zeit keinem bekannt. Dann geschah es, dass ein Seemann starb und neben das Grab der Heiligen geworfen wurde. Als der Leichnam in Verwesung überging und einen unertrücklichen Gestank aussonderte, rief ein Mönch, der in der Umgebung lebte, die Dorfbewohner um den Leichnam zu beerdigen. Es fügte sich nun so, dass sie ihn direkt im Grab der Heiligen Petka beisetzten. In dieser Nacht erschien die Heilige Petka in einem Traum einem der Dorfbewohner namens Georg, der den Leichnam begraben hatte. Sie erschien als eine wunderschöne und strahlende Königin, umgeben von vielen herrlichen Soldaten und sagte, Georg, grabe meine Reliquien sofort aus und bringe sie an einen anderen Ort. Ich kann den Gestank dieser Leiche nicht länger tragen. Und die Heilige Petka teilte ihm mit, wer sie gewesen war und wann sie gelebt hatte. In derselben Nacht hatte Ephimia, eine andere Dorfbewohnerin, dieselbe Vision. Am folgenden Tag begaben sich die Dorfbewohner an die Stelle und begann zu graben und tatsächlich fanden sie die Reliquien der Heiligen Petka, die einen außergewöhnlichen Duft von sich gaben und, wie sich bald erwies, unwundertätig waren. Über die Reliquien der Heiligen Gervasius und Protasius berichtet der Heiligen Borossius, wie sie ihm auf ähnliche Weise offenbart wurden. Eines Nachts erschienen zwei Jünglinge und ein alter Mann, Ambrosius, im wachen Zustand. Er dachte, der letztere sei der Apostel Paulus. Während die Jünglinge schwiegen, teilte ihn der alte Mann mit, diese seien Christi Märtyrer. Ihre Reliquien lägen genau an jener Stelle, an der sich Ambrosius im Gebet befand. Und dass man alles andere über sie aus einem kleinen Buch erfahren könne, das man in ihrem Grab finden würde. Am folgenden Tag gab Ambrosius eine Vision bekannt, begann zu graben und fand tatsächlich die Reliquien zweier Männer, von denen man aus dem Büchlein, das man dort fand, erfuhr, dass sie Gervasius und Protasius hießen. Im Beisein von Ambrosius berührte ein Blinder diese heiligen Reliquien und konnte sogleich sehen. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die wundersamen Heilungen, die von den heiligen Aposteln vollbracht wurden. Apostelgeschichte 5 Wie viele Zeichen und Wunder durch die Hände der heiligen Apostel geschahen. Wie viele Kranke einfach durch den Schatten des Apostels Petrus geheilt wurden. Homilie Darüber, wie die Engel des Herrn für die Gerechten kämpfen. Es lagert sich der Engel des Herrn um die her, die ihn fürchten, und befreit sie. Psalm 33, Vers 8 Der Engel des Herrn kämpft für jene, die Gott fürchten. Dies hat sich viele Male, die aufgeschrieben wurden, und unzählige viele Male, die nicht aufgeschrieben wurden, als wahr erwiesen. Der Erzengel Michael kämpfte anstelle des Joshua, des Sohnes, des Nun. Joshua 5, Vers 13 Ein Engel kämpfte für den gerechten König Hiskia und vernichtete in einer Nacht die ganze Chaldeische Armee. Wie viele Male besuchten Engel die Apostel und Märtyrer im Gefängnis, bestärkten sie und lösten ihre Fesseln. Für den Gerechten ist es ein Trost zu wissen, dass Gott allsehend ist und seine Not sieht und dass Gott allmächtig ist und ihn daraus retten kann. Und dass Gott allbarmherzig ist und ihn retten will. Gott sendet seine Engel des Lichts den Gerechten zur Hilfe. Und der Gerechte muss nicht mit seinen Widersachen kämpfen, denn der Engel kämpft an seiner Stelle. Wenn der Engel Gottes an seiner Stelle kämpft, welcher Armee wagt es, sich gegen ihn zu erheben? Welcher König würde gegen ihn ins Feld ziehen? In einem früheren Psalm sagt der Prophet David, nicht rettet sich der König durch große Macht, und der Held kann sich nicht retten, trotz der Fülle seiner Stärke. Trügerisch ist das Ros zur Rettung, trotz der Fülle seiner Kraft kann sich nichts retten. Psalm 32, Vers 16-17 O meine Brüder, lasst uns an diesen Worten nicht zweifeln, sondern sie jeden Tag sorgfältig betrachten, wie uns der Engel Gottes in unserem Kummer lässt, wenn wir sündigen. Doch freu dich und mit unaussprechlicher Macht zu unserer Hilfe eilt, wenn wir bereuen und Gott um Hilfe bitten. O Herr, Gott, unser Schöpfer, König, unzählige Engel, vergib uns und rette uns und verteidige uns durch deine heiligen Engel. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.